Next Classroom. Digitales Lernen revolutioniert. Wie bereiten wir unsere Kinder und Jugendlichen auf die Zukunft vor? Wie stellen wir sicher, dass sie zu digitalen Natives statt digitalen Konsumenten werden? Wie fördern wir unsere Lehrpersonen für ihren digitalen Einsatz? Bildung ist unsere wichtigste Ressource und wir leisten dazu unseren elementaren Beitrag. Die Covid-Pandemie zeigt auf, dass unser Bildungswesen den digitalen Anschluss verpasst hat. Mehr denn je brauchen wir jetzt zeitgerechte, multimediale und individuelle Lernkonzepte. Lernen und Lehren muss digital in der Schule und zu Hause möglich sein. Unsere Lösung heißt Next Classroom. Das einzige Lernprogramm, das von Pädagogen aus der Lehre für die Bildung entwickelt worden ist. Next Classroom wird seit mehreren Jahren erfolgreich an Schulen und Universitäten eingesetzt. Für unsere einzigartigen Lernkonzepte wurde Next Classroom in Europa mehrfach prämiert. Next Classroom geht weit über das typische Lernprogramm hinaus. Was zeichnet uns aus? Verknüpfung von physischen und digitalen Lernräumen. Kompetenz orientiertes und modulares Lernen. Erstellen von 360 Grad Lernwelten. Gamification und Virtual Reality mit Next Classroom schaffen Schulen den Sprung in die Neuzeit. Lernübungen finden spielerisch im Programm statt. Durch Gamification werden Schüler enger an den Lehrstoff gebunden. Klassenrankings befeuern den natürlichen Ehrgeiz und die Lernmotivation. Lektionen, Hausarbeiten und Prüfungen können alle in Next Classroom bearbeitet und abgelegt werden. Alles ist mobile-first entwickelt. Von Tablet bis Browser, ohne Eintrittshürden, Videokonferenzen, Datenaustausch und Leistungsverwaltung geben Sicherheit bei der Distanz- und Präsenzbeschulung. Wir vernetzen alle Bildungsbeteiligten auf einer Plattform. Schulen, Lernende, Verlage und den Arbeitsmarkt. Tausende Lernende und Lehrende nutzen das Lernprogramm Next Classroom bereits seit Jahren mit großem Erfolg. Wir schaffen nachhaltige Zukunftskompetenzen in der modernen Lehre. Next Classroom wird kontinuierlich aus dem Unterricht weiterentwickelt. Wir gestalten die Zukunft des Lernens. Digitales Lernen revolutioniert. Jetzt. Next Classroom. Interferte.